Der Beginn der Saisonvorbereitung bei Borussia Mönchengladbach brachte viele Fragen und Unsicherheiten mit sich, insbesondere rund um die Zukunft von Christoph Kramer. Obwohl der erfahrene Mittelfeldspieler zum Trainingsauftakt erschienen ist, bleibt seine weitere Rolle im Team fraglich. Der Verein hatte ursprünglich nicht geplant, mit Kramer in die neue Saison zu starten, was die aktuelle Situation umso brisanter macht. Christoph Kramer, der für seine intelligente Spielweise und sein taktisches Verständnis bekannt ist, befindet sich in einer schwierigen Lage. Trotz seines hohen Gehalts und seiner Verdienste für den Verein sieht es derzeit so aus, als hätte er unter Trainer Gerardo Seohane nur eine untergeordnete Rolle. Aus diesem Grund wurden bereits Gespräche über eine mögliche Vertragsauflösung geführt. Bislang konnten jedoch keine konkreten Ergebnisse erzielt werden, was zur Folge hat, dass Kramer die Vorbereitung mit der Mannschaft begonnen hat. Sportdirektor Roland Wirkus gab kürzlich Einblicke in die bisherigen Gespräche mit Kramer. Chris ist am Ende der Saison zum Trainer und zu mir gekommen. Er ist intelligent und hat gesehen, wie viele Einsatzminuten er hatte. Er hat gefragt, wie seine Perspektive aussieht, berichtete Wirkus gegenüber dem Kickert. Wirkus machte dabei keinen Hehl aus der schwierigen Lage. Wir haben viele Mittelfeldspieler. Und die Situation wird sich nicht verbessern. Diese offenen Worte zeigen klar, dass Kramer in der kommenden Saison weiterhin um seine Position im Team kämpfen muss, wenn er bleiben möchte. Das Mittelfeld der Fohlen ist dicht besetzt. Neben Kramer kämpfen Spieler wie Florian Neuhaus, Julian Weigel, Menjou Coné, Rocco Reitz, Philipp Sander und Oskar Fraulo um Einsatzminuten. Abhängig vom System könnte sogar Kevin Stöger noch in die Konkurrenz treten. Diese Vielzahl an talentierten Spielern macht es für Kramer besonders schwierig, sich durchzusetzen. Obwohl auch Abgänge aus diesem Kreis zu erwarten sind, bleibt die Konkurrenzsituation extrem herausfordernd. Es ist eine bittere Realität für einen Spieler, der in der Vergangenheit so viel für den Verein geleistet hat. Kramer, ein Publikumsliebling und Weltmeister von 2014, sieht sich nun mit der harten Realität des Profifußballs konfrontiert. Die Tatsache, dass ein Spieler seines Kalibers und seiner Erfahrung um seine Rolle im Team kämpfen muss, wirft Fragen auf. Hat Kramer noch eine Zukunft bei den Fohlen oder wird er bald seine Zelte an einem anderen Ort aufschlagen? Die aktuelle Situation rund um Christoph Kramer ist nicht nur für ihn selbst, sondern auch für die Fans von Borussia Mönchengladbach von großer Bedeutung. Wie sehen Sie die Zukunft von Christoph Kramer? Glauben Sie, dass er noch eine Chance hat, sich in diesem stark besetzten Mittelfeld durchzusetzen? Oder wäre ein Wechsel für alle Beteiligten die bessere Lösung? Teilen Sie Ihre Meinung mit uns in den Kommentaren. Diese Entwicklungen halten die Anhänger der Borussia in Atem und werden sicherlich für hitzige Diskussionen sorgen. Kramer bleibt vorerst ein Teil des Teams. Doch wie lange noch? Die kommenden Wochen und Monate werden entscheidend sein für die Zukunft des einstigen Helden der Gladbacher Fans. Kramer ist ein Teil des Teams. Untertitelung des ZDF, 2020